Hallo Leute, hier zurück bei Destiny. Jetzt geht es hier ums Sieber-Opfer-Farmen. Das kann man am besten machen, wenn ihr natürlich die Galahorn-Quest weitergespielt habt und die natürlich auch zu Ende gebracht habt, weil die letzte Mission der Galahorn-Quest ist diese hier, das Erwachende Eisernen Lords, prachtvolle Lieferung. Dort müsst ihr hin, am besten zu zweit, weil dann kann immer einer drinnen bleiben und währenddessen kann man dann halt schnell zum Turm oder zum Riff fliegen und dann seine Sieber-Sachen halt in den Tresor packen, wenn man halt nochmal erfahren kann, weil man kann immer nur ein Sieber-Opfer tragen und das war's dann, egal ob verbessertes oder perfektioniertes. Geht einem in die Map hier rein, wie gesagt, schießt alles ab, was geht. Die droppen nicht nur von den Captains, die Sieber-Opfer, sondern allgemein von den Gegnern, deswegen könnt ihr da auch viele Sachen andere noch erledigen oder auch in Grammelfarmen, deswegen geht da rein. Mach das fertig, schießt es ab, den Rest zeige ich gleich im Video, ist es eine Live-Aufnahme, viel Spaß dabei, bis gleich, tschüss. Oder nicht tschüss, sondern bis gleich. Gut, dann machen wir mal hier ein Los, ne? Sieber-Opfer fahren. Mach mal. Und dann killen lassen, wenn die letzte Ketten weg ist, oder was? Ja gut, dann können wir ja einfach, wenn wir die ganzen Leute abgeräumt haben, können wir ja einfach zum Schluss uns dann einfach in Luft sprengen, müssen wir das Galahorn hier einfach gleich nehmen. Du bist ein eiserner Lord. Dein Licht ist dein Drache. Du wirst nicht untergehen. Okay, ja gut, das war so. Ja. Spannungsvermögen. Oh, das droppt. Sieber-Opfer. Yo, dabei. Da muss ich hinbefallen. Du wirst es für Sieber-Opfer. Cool, das können wir uns eigentlich schon umbringen, oder? Oder nicht? So, ja, ich habe ja so gekriegt jetzt. Ich meine, hier kommen ja ziemlich viele von mir ja gut hier Leute wegzahmen. Mich droppt ja nichts mehr. Ja. Ist es getroppt, oder was? Da kommen noch mehr, oder? Haben wir schon alles weggeschossen hier? Ja. Ja, dann warte hier, dann bringe ich mich mal um. Und du auch. Dann bringe ich mich mal in die Tresur, und dann kommt wieder wieder. Ja. Dann komme ich dann wieder wieder. In der Fall, hier geht es immer zur Tresur. Du musst ja auch richtig schön darauf achten, dass du dich rechtzeitig killst. So, ab zum Tresur. So, ab zum Tresur. Wo ist mein Sieber-Opfer? Da. So. Und ab zurück ins Match. So, ja, ich tue mal wieder zurück zum Tresur. Bring dein Sieber-Opfer zum Tresur. Und ich warte jetzt hier, und dann gehen wir gleich nochmal los. Und machen es ganz normal. So ist das los. Und tschüss. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.